Hallo zusammen, wir stehen hier in Lichtenberg in der Panninger Straße im Herzen meines Wahlkreises und wir haben einen kleinen Erfolg zu vermelden. Die Linke hat sich seit Jahren zusammen mit Anwohnerinnen und Anwohnern dafür eingesetzt, dass es in diesem Altbaugebiet endlich eine Milieuschutzverordnung gibt. Warum sind Milieuschutzverordnungen so wichtig? Ganz einfach, sie machen die Luxussanierung genehmigungspflichtig, sie machen die Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnungen genehmigungspflichtig und das Allerwichtigste ist, nur in Milieuschutzgebieten können wir das kommunale Vorkaufsrecht ausüben und im Zweifelsfall Wohnungen rekommunalisieren. Das wollen wir als Linke, das haben wir in Berlin verstärkt und das können wir jetzt auch endlich hier tun. Insofern freuen wir uns, dass die Mieterinnen und Mieter hier jetzt besser geschützt werden, denn eine Sache ist uns ganz wichtig, wir wollen alle, dass alle Leute in ihrem Kiez wohnen bleiben können und die Berliner Mischung bestehen bleibt. Also ein schöner kleiner Erfolg aus Lichtenberg. Also ein schöner kleiner Erfolg aus Lichtenberg. Vielen Dank!